Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden. Und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind. Und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Wie kann ich serien im Käst? Das ist dein Schicksal. Wie kann ich es in den Hüter? Komm schon. Das ist dein Schicksal. Ja, ich bin ein Schicksal. Du bist ein Schicksal. Mein Lieber, du weißt gar nicht, wie gut es ist, dich wiederzusehen. Es scheint, hier hat sich auch ohne mich alles weiter gedreht. Das ist wohl Delle auf der Dinge. Aber ich wollte nicht noch einen weiteren Anbruch verpassen. Nicht nach allem, was ich überstanden habe. Ich mag zwar keine Shader oder Abzeichen anbieten, aber es gibt andere Wege, um Freude zu verbreiten. Hier, für dich. Backen tut der Seele gut. Und wir könnten alle etwas Gutes gebrauchen. Das sollte reichen. Ja. Hört zu, ihr feinen Leute der Stadt. Komm näher, bitte. Haben wir eine Idee. Ich will eins, wie es die Warlock haben. Es gilt, schlachten zu können. Du erinnerst mich an jemanden, den ich schon sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Ich glaube das nicht. Okay. Und mit Versand? Hast du Fragen, Liebes? Wir müssen mehr herausfinden. Ich wusste es. Danke. Das ist wirklich nett. Wenn du Shader haben möchtest, bist du leider nicht an der richtigen Stelle. Aber für einen kleinen Klatsch bin ich immer zu haben. Das Problem. Also aber ich frage es, wie du es sagst. Das ist das Volk. Das ist das Neuk%. Hallo, Hüte. Hüte. Und was hat er gesagt? Auch nach allem, was er durchgestanden hat, möchte ich glauben, dass Zavala dein Geschenk zu schätzen weiß. Ihm geht es nicht gut, aber beim Anbruch geht es darum, dass unser Licht uns aus der Dunkelheit führt. Ich wette, es gibt noch jede Menge andere Rezepte, die man in der Wildnis entdecken kann. Ihr Hüter seid doch gut im Experimentieren. Hier, das Buch ist für dich. Wenn es jemanden gibt, dem ich vertraue, Festtagsfreude zu bringen, dann dir. Frohen Anbruch. Mach deinen Umhang nicht schmutzig, Liebes. Hast du mich vermisst? Oh nein. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Das sieht gut aus. Brauchst du etwas? Weidmanns Heil. Hey, hey, wie geht's deinem Clan? Amen. BeThank you. This is fantastic. OK. Hey, éhm. Bir de Стack. Agenda. Was hast du gelernt? Wolltest du mit mir sprechen? Wolltest du mit mir sprechen? Ich weiß nicht, ob das das richtig ist. Ich war wohl abgeweckt. Hallo, Hüte. Nein, natürlich nicht hier. Ich muss es hinkriegen. Spuck aus, warum du hier bist. Das war's. 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 Das war's.